Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, Sonntag, eigentlich gibt es nicht viele Neuigkeiten, aber die ein oder andere gibt es doch tatsächlich. Und darauf möchte ich einmal eingehen. Und was ist die erste Neuigkeit? Und zwar bei lang und schwarz kann man ja Sonntag handeln und hier hat man im Prinzip den Preis jetzt aktuell so hochtreiben können, dass er aktuell bei 11,2 Cent liegt. Ein Plus von 4,53 Prozent und genau das ist der Punkt, wo ich gesagt habe am Freitag, dass ich persönlich davon ausgehe, dass am Montag wieder eine entsprechende Kurssteigerung zu erwarten ist. Ob das jetzt tatsächlich der Fall ist, ihr wisst, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und habe auch keine Glaskugel vor mir stehen, aber hier für einen Sonntag ist das auf jeden Fall ein guter Wert, um in dem Montag starten zu können. Und bei lang und schwarz, ich weiß, die einigen, einige halten nicht so viel davon, aber andere schon, ist das Schöne, wenn man hier sieht, wie viel heute hier gekauft worden sind. Und ich interessiere mich eigentlich weniger jetzt gerade für die hohen Stückzahlen, sondern wirklich für diese kleinen, für 12 Stück, 11 Stück, 1 Stück, 7 Stück, wieder 1 Stück. Das zeigt mir einfach selbst, kleinere, die vielleicht nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, versuchen hier zumindest mit am Teil dabei zu sein. Klar, Anleger, die hier 1000 Stück, 700 Stück, wieder 1000 Stück und so weiter einkaufen, ist natürlich besser in Anführungsstrichen, aber jede kleine einzelne Aktie bringt uns ein Stück weiter. Und das ist ja, was ich schon öfter gesagt habe, auch die Kommentare, wie viel hält man und so weiter. Ja, die Fragen kann man gerne stellen, aber jeder einzelne hier von uns ist relevant. Und deswegen, klar, mich freut es, wenn hier Leute 1000 Stück kaufen oder 700, aber mich freut es persönlich auch, wenn selbst Leute ein Stück oder nur 7 Stück kaufen. Also, das ist auf jeden Fall ein guter Zeitpunkt für morgen, um hier einzusteigen oder wie es startet. Ich denke mal, wir werden auf jeden Fall mit einem gewissen Plus starten und dann wird das über den Tag hinweg auf jeden Fall meines Erachtens so weitergehen. Und was gibt es sonst noch für Nachrichten? Amazon, viele haben ja schon spekuliert oder darüber geredet, die Hauptversammlung von Amazon ist der gleiche Tag wie AMC. Da gab es ja dann schon Spekulationen, könnte man da was oder könnte hier was zustande kommen? Gibt es dafür Gründe? Und jetzt gibt es halt wieder einmal das Gerücht, Amazon könnte AMC übernehmen. Und ich will den Artikel jetzt hier gar nicht großartig vorlesen, jeder kann ihn selber hier nachlesen, aber hier geht es einfach darum, dass, wenn es Amazon vorhätte, auf jeden Fall gerade ein günstiger Zeitpunkt wäre, um hier zu investieren. Denn der Kurs wird, wie wir alle wissen, in der nächsten Zeit enorm durch die Decke gehen. Und ob dann, wenn der Short Squeeze in die 100.000 Dollar Bereiche geht, ob Amazon dann tatsächlich noch das Geld zur Verfügung hat, so ein Unternehmen zu kaufen, sei mal dahingestellt. Aber, und das ist wieder das Gute, das Positive, AMC, egal ob jetzt Amazon oder sonst wer hier dahinter stecken würde, Es ist wieder eine Nachricht, die in die Masse verbreitet oder kostenlose Werbung für AMC macht. Leute googeln, informieren sich, kommen vielleicht sogar auf das ein oder andere Video von mir und investieren hier auch. Und heute hat auch jemand in der Telegram-Gruppe von mir geschrieben, dass dieser jetzt gestern oder vorgestern wieder viele Leute dazu ermutigt hat, hier zu investieren. Also, grandios. Und in meiner Telegram-Gruppe hat jemand einen Link geteilt, amcfloor4apes.com heißt diese Seite. Hier wird einfach nur errechnet anhand Daten von Ortex, zu welcher Kurs müsste jetzt hier eigentlich stehen. Und das wären 714 Dollar Kurspreis. Klar ist es von Freitag, die Daten, aber, und das soll jetzt vielleicht, verlasst euch nicht hundertprozentig darauf, aber anhand der Berechnungen sehe ich das jetzt erstmal hier auf jeden Fall als sehr realistisch. Aktueller Kurs, ja, 12,80 Dollar, kommt immer darauf an, an welcher Börse der Preis genommen wird oder an welchem Durchschnittspreis. Aber das ist so der Betrag, wo ich auch stark davon ausgehe, dass wir den sehr, sehr schnell erreichen werden jetzt. Klar wird wahrscheinlich noch kein Ende sein, da sind natürlich mehrere Einflüsse, kommen da drauf. Aber hier auf jeden Fall eine Webseite, wo man sich selber auch so ein bisschen motivieren kann, sehen kann, ah, vielleicht lief die Woche nicht so gut. Aber rein rechnerisch müsste der Kurs hier liegen. Und das wäre, denke ich mal, für den einen oder anderen von euch schon grandios. Natürlich auch für mich, dann hätte ich auf jeden Fall ausgesorgt, beziehungsweise mehr oder weniger ausgesorgt. Aber das wäre auf jeden Fall auch so der Preis, wo ich davon ausgehe. Wenn man jetzt einfach mal rein rechnerisch das durchrechnet, dass dieser Preis hier eigentlich, ja, realistisch ist. Und dann habe ich hier bei AMC Stock, ihr wisst es bei Reddit, ich bin hier immer ein sehr großer Fan. Hier gibt es wieder sehr viele Bilder, 100.000, 200.000 bis 500.000 Dollar rechnen die wieder. Oder dieses Bild, vielleicht ist der ein oder andere, macht sich lustig damit. Will work for AMC Shares, also ich arbeite für AMC Aktien. Hört sich vielleicht erstmal ein bisschen lustig an oder ist auch lustig. Aber, wie viele Autos fahren hier vorbei und fragen sich, was sind AMC Aktien? Und schon kommen wieder neue Leute hinzu und genau das ist, was wir brauchen. Genau neue Leute, mehr Leute und über das Flugzeug, es soll ja angeblich Dienstag, soll das über Frankfurt und Berlin fliegen. Da bin ich wirklich gespannt, ob die Macher das hinbekommen haben, wenn ja. Ja, grandios, es soll wohl mit dem Wetter zu tun oder wetterabhängig sein, klar. Und auch hier solche Aufkleber am Auto dran. Also immer mehr Leute werden hier investieren, immer mehr Leute kommen drauf. Also im Bekanntenkreis, es wird immer extremer und das ist genau, was wir brauchen. Wir wollen hier zum Ziel kommen, auch wenn es vielleicht noch zwei, drei, vier, fünf Wochen dauert. Aber wir kommen dem Schritt immer näher. Und wenn man sich überlegt, hier wieder ein Kurssprung heute von viereinhalb Prozent, ist das wirklich schon super. Die Hedgefonds meines Erachtens, und das kann ich nicht oft genug sagen, haben keine Möglichkeiten mehr hier irgendwas zu versuchen oder zu schaffen. Wir müssen einfach die Aktien halten. Der eine oder andere kauft vielleicht nach. Ich bin ja auch immer fleißig dabei, nachzukaufen. Klar, Kapital, man braucht es erstmal haben, um hier zu investieren. Aber der eine oder andere hat mir auch schon wieder geschrieben, ich warte nur noch auf meinen Lohn und dann geht es hier wieder los. Und so sehe ich das eigentlich auch so. Ich bin auch immer ein bisschen dabei, gerade oder in den letzten Tagen, Wochen dabei gewesen, um ein bisschen Aktien zu verkaufen, um noch mehr in AMC zu investieren. Und da gehe ich auf jeden Fall weiter dran, um hier wirklich noch mehr Aktien kaufen zu können. Also ich bin sowas von überzeugt, meine Motivation steigt eigentlich jeden Tag, auch wenn man vielleicht mal zehn Prozent Kursverfall hat. Keine Frage, sieht erstmal nicht so gut aus, aber wir werden es schaffen. Wir werden es wirklich schaffen. Wir können es auf jeden Fall erreichen. Das, was wir wollen, den Short Squeeze. Es wird noch ein bisschen dauern, aber es ist schon mal ein Anfang, eine Motivation. Wenn morgen der Kurs im grünen Bereich über den Tag hinweg so weiter verläuft, wie bisher. Also eine Richtung und die geht nach oben. Ich rechne aber auch stark damit, dass wir die Woche auch wieder einen entsprechenden Dip sehen werden. Keine Frage. Aber ja, das wird wohl noch ein bisschen zu weiter gehen. Aber ich bin halt, wie gesagt, so wie die meisten von euch, sehr stark motiviert. Glaube dran. Und auch wenn man hier diese Seite einmal anguckt, rein rechnerisch, 714 Dollar, würde auch schon den ein oder anderen von uns auf jeden Fall positiv beeinflussen. Und wenn der Kurs erstmal so, ja, jetzt von 13 Dollar auf 20 Dollar hochsteigt. Ich will nicht wissen, wie viele Leute hier noch mehr einsteigen. Und genau das ist, was wir brauchen. Wir müssen versuchen, so viel wie möglich Leute hier zu involvieren. Allein mit dem Flugzeug, wie viel man damit über Frankfurt, Berlin erreichen könnte. Und natürlich auch die Amerikaner, die sind halt noch ein Ticken extremer als wir. Das wissen wir wahrscheinlich alle. Aber mit solchen Fotos, mit solchen Bannern, was sie machen, schaffen sie halt mehr. Sie sind vielleicht auch risikobereiter als wir Deutschen, soll mal dahingestellt sein, ob es positiv oder negativ ist. Aber durch solche Aufkleber hier oder durch, wo wir es gerade hatten, wo ist es denn, das Bild? Hier ist erstmal lustig. Aber zu viele Autos, die sich vielleicht hier drüber informieren und schon gibt es wieder ein paar neue Anleger. Ich danke euch fürs Zusehen. Heute Sonntag war vielleicht ein bisschen Smalltalk eher, Motivationsvideo wieder. Aber morgen, denke ich mal, morgen Abend, wenn ich wieder ein neues Video mache, haben wir auf jeden Fall wieder neue positive Nachrichten. Danke fürs Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag.